Musik Moin Leute, es ist endlich wieder Spargelzeit und die Giraffe 42 hat sich auch schon eine Spargelcremesuppe gewünscht Ok, der Wunsch ist eigentlich aus dem letzten Jahr und da habe ich es nicht geschafft deswegen dachte ich, wenn jetzt die Spargelsaison anfängt dann werde ich als erstes gleich die Spargelcremesuppe machen und es ist wirklich ein klassisches Rezept das heißt, ich habe da nicht viel dran verändert sondern habe nur die Original Spargelcremesuppe einfach veganisiert aber wie bei jedem Rezept könnt ihr auch da wieder viel variieren Ok, los geht's So, als erstes habe ich hier den Spargel, ca. 600 Gramm das heißt ohne Schale nachher im Endeffekt ca. 500 da könnt ihr erstmal die Enden abschneiden ruhig ein bisschen großzügiger damit das Holzige sozusagen weg ist und dann den Spargel natürlich schälen wenn ihr euch das schälen sparen wollt dann könnt ihr natürlich auch einfach den grünen Spargel nehmen den muss man nämlich nicht schälen da müsst ihr nur unten die holzigen Enden abschneiden der Nachteil daran ist allerdings dass ihr wahrscheinlich nicht genug Abschnitte habt um daraus die Brühe zu kochen deswegen könnt ihr auch einfach, wenn ihr euch öfter grünen Spargel gekauft habt und den ganz normal gekocht habt und so gegessen habt dann könnt ihr euch einfach die Enden aufheben, einfrieren und dann wenn ihr so denkt, dass ihr genug zusammen habt könnt ihr dann sozusagen daraus die Brühe kochen jetzt hier beim weißen Spargel ist es manchmal eine Kunst wirklich die ganze Schale abzukriegen denn manchmal sieht man das nicht so wirklich aber wenn ihr mit den Fingern darüber geht ich habe das jetzt hier zum Beispiel ich glaube das sieht man jetzt nicht so gut in der Kamera aber wenn ihr mit den Fingern rüber geht dann habt ihr die bei den geschälten Stellen das ist richtig schön glatt und wenn ihr über die Stellen geht die noch nicht richtig geschält sind dann ist das so ein bisschen rau und stumpf und dann wisst ihr, da ist noch ein bisschen Schale die auf jeden Fall ab muss zumindest ist das meine Methode immer ich glaube da gibt es auch noch andere aber so nach Gefühl zu gehen finde ich immer irgendwie am einfachsten so die Spargelabschnitte könnt ihr erstmal in einen großen Topf geben dann das Ganze mit anderthalb Litern Wasser auffüllen und mit leicht angekipptem Deckel könnt ihr das Ganze erstmal aufkochen lassen dann die Temperatur circa auf die Hälfte reduzieren und dann circa 20 Minuten köcheln lassen und währenddessen könnt ihr auch schon mal die Spargelstücke in circa drei Zentimeter breite Stückchen schneiden so das hat jetzt 20 Minuten gekocht dann könnt ihr jetzt das Ganze erstmal durch ein Sieb geben und den Sud auffangen den könnt ihr dann wieder zurück in den Topf geben die Spargelstückchen dazu außerdem könnt ihr jetzt schon mal ein bis anderthalb Teelöffel Salz dazugeben außerdem einen halben Teelöffel Zucker das kenne ich jetzt aus dem klassischen Rezept deswegen mache ich es hier auch so wenn ihr allerdings einfach in eurer Suppe keinen Zucker haben möchtet dann lasst ihn einfach weg dann könnt ihr jetzt den Herd wieder auf mittlere Hitze hochschalten den Deckel wieder ankippen und das Ganze für weitere 20 Minuten köcheln lassen so nach 20 Minuten sollte der Spargel auch weich sein den könnt ihr jetzt einfach rausnehmen und in einem Sieb ein bisschen abtropfen lassen so die Brühe könnt ihr jetzt auch in einen Messbecher geben zusammen mit der Brühe die noch beim Spargel abtropft und da ihr gleich einen Liter braucht könnt ihr einfach den Messbecher auffüllen bis zu einem Liter dafür könnt ihr entweder einfach Wasser nehmen oder wie ich jetzt ganz einfach Sojamilch dann braucht ihr ca. 60 Gramm Margarine und lasst sie in eurem Topf erstmal schmelzen dazu kommt dann 40 Gramm helles Dinkelmehl und daraus macht ihr jetzt ganz einfach eine Mehlspitze wenn ihr das Ganze jetzt glutenfrei haben möchtet dann könnt ihr auch ganz einfach Maismehl nehmen oder Reismehl und wenn euch die Margarine nicht zusagt dann nehmt stattdessen ganz einfach Öl das Ganze könnt ihr jetzt auf mittlere Hitze reduzieren und die Milchspitze für ca. 2-3 Minuten anschwitzen so nach ca. 3 Minuten könnt ihr die Hitze dann ganz hochschalten ein paar Sekunden warten und dann nach und nach den Spargelsud und die Sojamilch einrücken bei der Milchspitze ist übrigens auch Stichstelle bei der ihr ganz besonders viel variieren könnt z.B. könnt ihr in der Margarine eine gewürfelte Zwiebel anschwitzen oder ein paar gewürfelte Pilze auch sehr lecker oder auch z.B. klein gewürfelten Räuchertofu so die Suppe könnt ihr jetzt schon mal würzen und zwar mit einem halben Teelöffel Muskatnuss einer Messerspitze Pfeffer und ein Esslöffel Zitronensaft oder alternativ auch ein Esslöffel Weißwein sobald die Suppe kocht könnt ihr sie dann nochmals auf mittlere Hitze reduzieren und sie dann unter gelegentlichem Rühren nochmal 15 Minuten köcheln lassen so nach 15 Minuten könnt ihr dann die Hitze erstmal ausschalten und den Topf erstmal vom Herd nehmen dann geben wir der Suppe bloß noch den letzten Schliff dafür brauchen wir einen Pürierstab und ca. 4-5 Esslöffel Sojasahne und die könnt ihr jetzt einfach während ihr püriert zur Suppe geben so und damit hat sie jetzt einen richtig schönen sahnig cremigen Geschmack dann jetzt bloß noch die Spargelstücke dazugeben einmal umrühren und servieren zum dekorieren könnt ihr auch noch ein paar Kräuter verwenden ich habe jetzt hier ein bisschen Petersilie und ansonsten würde sich zum Beispiel auch Schnittlauch eignen oder Kresse zum Beispiel so und fertig ist eure selbstgemachte vegane Spargelcremesuppe und wenn ihr die gerne ohne Soja machen möchtet dann könnt ihr auch jede andere Pflanzenmilch und jede andere Pflanzensahne verwenden ja mal kosten es ist einfach der Hammer und wirklich super lecker also ich stehe auch wirklich total auf Spargelcremesuppe oder auch auf Spargel im Allgemeinen eigentlich freue ich mich schon jedes Jahr immer wieder auf diese Zeit es gibt übrigens noch eine schöne Alternative zu der Version mit Pflanzensahne und mit Milchspitze und zwar könnt ihr einfach zwei, drei Kartoffeln mitkochen und die dazu plus pürieren das gibt dann dem Ganzen auch eine gewisse Dicke und eine gewisse Sämigkeit ja in diesem Sinne danke ich Giraffe42 für diesen schönen Rezeptwunsch und wenn ihr noch andere Vorschläge habt was ich mal unbedingt kochen soll schreibt mir in die Kommentare ansonsten bis zum nächsten veganen Kochenende Tschö bis zum nächsten Mal 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 Musik Musik